Hallo Stufe 5. Da es in eurem Mathematikbuch nicht ausreichend Übungsaufgaben gibt, habe ich euch diese Seite hier mitgeschickt. Es geht bei den meisten Aufgaben um den Flächeninhalt und den Umfang. Sehen wir uns die Aufgaben mal näher an. Nummer 1. Bauer Müller hat eine 42 Meter lange und 37 Meter breite Weide, also eine Wiese, mit einem Elektrozaun eingezäunt. Wie viele Meter Zaun hat er insgesamt benötigt und Aufgabe B, wie groß ist die Weidefläche in Quadratmeter und A. Diese Aufgaben kommen eigentlich in jeder Klassenarbeit und ihr müsst euch merken, beim Zaun geht es immer um den Umfang, also 2 mal A plus 2 mal B oder alle Seiten addieren. Bei der Fläche, Fläche ist so ein Signalwort, muss klar sein, ich muss den Flächeninhalt berechnen, also A mal B. Und das Ganze sollt ihr dann bitte angeben in Quadratmetern und in A. Aufgabe 2. Ein Teppichhaus bietet einen Teppich an mit einem Übermaß. Das bedeutet, er ist größer als normale Teppiche. Er ist 365 Zentimeter lang und 245 Zentimeter breit. Aufgabe A. Berechnen die Fläche des Teppichs. Aufgabe B. Das Teppichhaus wirbt eine Million Knoten pro Quadratmeter. Wie viele Knoten wurden ungefähr geknüpft? Wandelt also das Ergebnis, das ihr hier in Quadratzentimeter habt, im Quadratmeter um und versucht einfach mal das Ganze grob mit einer Million zu multiplizieren. Da könnte man jetzt sagen, okay, ich hänge jetzt einfach mal nur sechs Nullen dran. Ihr müsst allerdings aufpassen, falls ihr ein Komma habt. Kleiner Trick, ihr könntet einfach die Zahlen hinter dem Komma wegfallen lassen und einfach sechs Nullen dranhängen. Aufgabe 3. Petras Mutter wünscht sich für ihr Blumenfenster eine Fensterbank aus Marmor. Die Fensterbank ist 2,85 Meter lang und 40 Zentimeter breit. Ein Quadratmeter Marmor kostet 48 Euro. Auch hier kleiner Hinweis aufgepasst, wir haben hier Meter und wir haben hier Zentimeter. Gut funktionieren würde es, wenn ihr das hier zuerst in Zentimeter umwandelt und am Ende erst in Quadratmeter umwandelt. Ansonsten müsst ihr auch hier mit der Dezimalzahl oder der Kommazahl multiplizieren. Aufgabe 4. Petra möchte für ihr Jugendzimmer einen Teppichboden haben. Ihr Zimmer ist 4 Meter lang und 3,50 Meter breit. Ein Quadratmeter Teppichboden kostet 19,80 Euro. Petra hat insgesamt 200 Euro gespart. Frage A. Kann sie sich den Teppichboden leisten? Überschlage die Kosten. Frage B. Berechnen den genauen Preis. Da wir jetzt hier schon wieder eine Dezimalzahl haben, möchte ich das für euch jetzt mal durchrechnen und zeigen, wie man mit den Kommazahlen multiplizieren kann. Das ist nämlich eigentlich total einfach. So, ich habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel gerechnet. 3,9 mal 5,2. Die Kommaz interessieren euch zunächst einmal nicht. Ihr multipliziert ganz einfach. Also 5 mal 9 und 5 mal 3. Das gleiche mit der Reihe drunter. Achtet drauf, stellengerecht schreiben. 2 mal 9 und 2 mal 3. Das Ganze addiere ich ganz einfach. Also ihr multipliziert zunächst einmal schriftlich, wie ihr das in der Grundschule gerechnet habt. Als Ergebnis habe ich jetzt hier die Ziffern 2, 0, 2, 8. So, jetzt kommt der kleine Unterschied. Ich muss jetzt mal schauen, wie viele Stellen hinter dem Komma habe ich denn. Also hier rechts hinter dem Komma. Ich habe jetzt hier eine Zahl hinter dem Komma. Ich mache da meinen Punkt drüber und ich habe hier eine Zahl hinter dem Komma. Das heißt, das sind insgesamt also zwei Stellen hinter dem Komma. Eins und noch eine zweite. Und genau diese beiden Stellen muss ich jetzt hier auch abbilden. Das heißt, ich muss hier hinten das Komma so setzen, dass ich nicht eine Zahl hinter dem Komma habe, sondern jetzt gleich 2. Und dort kommt jetzt also auch mein Komma hin. Und wenn ich das grob jetzt mal überschlage hier, wenn ich jetzt einen Überschlag mache, dann würde ich hier rechnen 4 mal 5 und das ergibt auch ungefähr 20. Von daher ist die Aufgabe richtig. Ich mache jetzt noch ein weiteres Beispiel mit mehreren Stellen hinter dem Komma. Ich habe nun hier 4,213 mit 6 multipliziert. Ich habe zunächst einmal ganz normal schriftlich multipliziert. Und jetzt schaue ich mal, wie viele Zahlen habe ich insgesamt hier oben in der Aufgabe hinter dem Komma. Das wären hier 1, 2, 3. Ich markiere das mal nochmal mit dem Punkt. 1, 2, 3. Und hier habe ich gar keine Zahl hinter dem Komma. Das bedeutet, ich muss jetzt hier hinten beim Ergebnis auch drei Zahlen hinter dem Komma haben. Das heißt, hier 1, 2, 3. Dort kommt mein Komma hin. Das Ganze möchte ich euch jetzt auch in einer Aufgabe zeigen. Das Zimmer ist 4 Meter lang und 3,50 Meter breit. Demzufolge kann ich jetzt ganz einfach rechnen. 4 mal 3,50. Ich fülle jetzt hier für euch mal mit Nullen auf, wie ihr das aus der Grundschule kennt. Und ich addiere. Das sind 0, das sind auch 0, das sind 4, das sind 1. Und ich schaue mir nochmal an, wie viele Zahlen habe ich hinter dem Komma. Hier sind 1, 2 Stellen hinter dem Komma. Da ist gar keine. 2 Stellen plus 0 Stellen sind 2 Stellen. Also kann ich jetzt hier das Komma ersetzen. Und das Ergebnis von 4 mal 3,5 ist ganz einfach 14,0. Das Ergebnis von 14,0, also die Fläche des Teppichbodens, könnt ihr nun multiplizieren mit 19,8 Euro. Und ihr wisst, ob sich Petra den Teppich leisten kann, da sie nur 200 Euro gespart hat, oder ob das Geld nicht reicht. Letzte Aufgabe, Familie Wilke renoviert den Fußboden des Wohnzimmers. Hier ist eine Skizze des Wohnzimmers, ist 5,30 Meter breit und 4,20 Meter hoch. Nicht zu vergessen, hier ist die Tür, die ist 1,10 Meter breit. Wofür wir die gleich brauchen, erschließt sich euch gleich. Ein Quadratmeter Teppichboden kostet 18 Euro. Wie teuer wird der Belag? Dafür müssen wir natürlich erst die Fläche berechnen, also A gleich A mal B. Und dann müssen wir im nächsten Schritt nochmal berechnen, wie teuer wird der Belag. Ein Quadratmeter Teppichboden kostet nämlich bei der ausgesuchten Sorte 18 Euro. Aufgabe B. Von den passenden Sockelleisten kostet der laufende Meter, also ein Meter, da muss man immer den ganzen Meter kaufen, 6,50 Euro. Wie teuer wird die Leiste? Fußleiste ist das, was ihr bei euch im Raum unten in der Ecke habt. Das hat man eigentlich fast überall. Früher war das meist aus Holz, heute ist diese Sockelleiste auch oft gefließt. Aber eine Sache ist total wichtig. Die Sockelleiste ist überall zu finden, nur nicht an der Tür, weil dort würdet ihr nämlich drüber stolpern. Auch das ist eine Aufgabe, die ist in jeder Klassenarbeit drin. Wie bekommen wir das also raus? Wir müssen zunächst den Umfang berechnen. Das sind ja alle Seiten. Müssen wir addieren. Und am Ende müsst ihr natürlich die Türbreite von 1,10 Meter abziehen, weil wie gesagt, dort kann keine Fußleiste sein. Das Ergebnis der Sockelleiste bzw. die benötigte Länge multipliziert ihr dann bitte mit 6,50 Euro. Wie teuer wird die Leiste. Und Aufgabe C zum Abschluss, berechne die Gesamtkosten der Fußbodenerneuerung. Ich hoffe ihr kommt auch heute mit den Videos klar. Viel Erfolg und bis nächste Woche. Tschüss.